Servus und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und es ist ein Monster. Ein Monster. Ich habe ja mal in einem Livestream schon mal an dem guten Stück gebaut. Da gab es dann ein paar Probleme. Gehen wir noch drauf ein und schauen wir mal, was ich da für ein Monster habe. Ich habe von Les DIY, Schachteln und so, zeige ich euch gleich den Frightliner FLA 9664 aus dem Film Terminator 2. Muss ich mal ins Bild drücken. Das ist ein MOC. Kennt der SDIY mittlerweile. Die MOC-Nummer auf Rebrickable ist die 68006. Das hat der Designer Mani 9.1 aus der Schweiz gedesignt und an SDIY lizenziert oder die Genehmigung erteilt. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Das Ding hat 2533 Teile inklusive Fernbedienung, Akkubox und 5 Motoren. Schauen wir uns auch gleich noch an. Der MOC selbst ist 21 erschienen. Bei Les DIY ist er glaube ich im Sommer letzten Jahres rausgekommen. Bei Les DIY kostet das gute Stück 219,99 Euro. Mit dem Code der Donnergurgler spart ihr euch 20 Prozent. Also 200 Euro. Also kostet er euch da noch. Das sind beim Listenpreis 8,6 Cent inklusive vielen Motoren und was da dazugehört. Schauen wir uns mal kurz den MOC selbst an. Wir müssen wieder ein bisschen unterscheiden. Was ist da MOC und was hat Les DIY gemacht? Wir haben hier die Seite zum MOC bei Rebrickable. Das ist wie gesagt von Mani 9.1. Die Teile seht ihr da oben auch. Und ihr seht schon mal, da hat auch ein komischen Inneneinrichtung. Und hat hier auch keine Schnüre im Rendering. Und das ist auch eines der Probleme. Terminator 2. Da kann ich gleich mal sagen, ich habe den Film das letzte Mal vor 25 Jahren gesehen. Ich bin kein großer Arnold Schwarzenegger Fan. Ich bin kein großer Terminator Fan. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die wir lieben. Und dass sie immer, also die ersten zwei Terminator einfach unter die Top 10 der Actionfilme aus den 80er Jahren gehören. Ja. Punkt. Entschuldigt wieder jegliches Unwissen. Trotzdem ist das ein geiles Teil. So. Hier sehen wir, können wir gleich mal noch nachmessen. 47 cm lang, 15 cm weit und 27 cm hoch. Das werden wir doch gleich mal überprüfen. Und Around AROC Scale. Ich habe den AROC bisher nur noch gesehen. Also auch schon live, aber noch nie in der Hand gehabt. Von daher, von den Reifen hier sollte das passen. Das kommt mit zwei L-Motoren, zwei M-Motoren und einem Servo-Motor. Und unter der Haube ist ein sich mitdrehender Sechszylinder, an den man leider nicht rankommt. Aber auch da können wir gleich mal noch mal drauf schauen. Vielleicht bauen wir nicht so weit auseinander, dass wir doch rankommen. Mal schauen. Und was hier dann auch steht. You need a Power Function Extension Cable. Ah, das habe ich jetzt hier vergessen. Das wurde mir nämlich noch nachgeschickt. Und eine Battery Box. Was hier nicht steht, ist, dass auch keine Schnur mit drin ist. Da kommen wir gleich mal noch dazu. Und ihr seht, das Ding sieht geil aus. Und dann schauen wir uns mal den absurden Part-Out-Value von dem Ding an. Und da war ich durchaus erstaunt und werde jetzt mal meine Lego-Motoren durchschauen. Weil das ist schon krass, wenn ich jetzt mal hier... Also der Part-Out-Value von dem Ding ist über 1000 Euro bei Lego. Und wenn wir da jetzt mal nach Price sortieren, dann war ich schon erstaunt, was... Oh, jetzt werden die Preise nicht angezeigt. Das ist hier falsch, weil ich nicht angemeldet bin oder... Warum ist das so? Letztens wurden mir hier noch Preise angezeigt. Okay, also alleine die Motoren kommen hier auf... Wo habe ich den? Also insgesamt waren, glaube ich, nur die Motoren, wenn man die alten Lego-Motoren nimmt, bei 200, 250 Euro. Weil ein so ein Servut-Motor irgendwie 90 Euro, ein so ein M-Motor 50 Euro. Was stimmt nicht mit euch? Ich habe, glaube ich, 12 M-Motoren hier liegen oder so. Also ich muss tatsächlich mal gucken, ob ich mich nicht von ein paar Servos und so weiter trennen will. Weil das ist schon krass, wie die Preise für diese alten Power-Functions-Motoren gestiegen sind. Ansonsten war da jetzt... Ist es einfach die Menge und die Motoren. Genau. So. Das ist das. Dann schauen wir uns mal noch das Profil kurz vom Money an. Ihr seht, der Mann hat eine Vorliebe für dicke Dinger. Und könnt ihr euch gerne mal durchschauen. Das sind schon... Da sind beeindruckende Modelle dabei. Und er sagt auch, das war eines seiner ersten. Dieser Terminator in der Größenordnung. Und für das ist es hervorragend von der Bauanleitung. Genau. Jetzt bei Last DIY gibt es das eben als vorkonfektioniertes Set. Mit Teilen diversester Hersteller. Es gab ein, zwei Sachen, die sogar von Lego waren. Ähm... Genau. Auch hier sehen wir keine Schnur. Und aber eben auch keinen Hinweis. Da kommen wir dann gleich mal noch drauf. So. Ansonsten. Kennt ihr Last DIY mittlerweile. Da gibt es... Also... Und das muss ich auch wirklich sagen. Die haben... Ich habe vorhin nachgeguckt. Mein... Mein erstes Last DIY Set habe ich im Februar 2022 gebaut. Und in dem Jahr ist viel passiert bei denen. Das muss man klar sagen. Und da kommt langsam mehr Professionalität ins Spiel. Wir können ja mal noch schnell gucken, was von Designer Money hier noch gibt. So schau da aus der Money. Und wir alle... Da, genau. Dann sehen wir hier vier Lastwagen. Der ist natürlich sehr ähnlich. Nur eine andere Farbgebung. Und dann ein Mähdrescher und zwar Autos. Am liebsten hätte ich eigentlich sein Modell von Goliath gebaut. Weil er hat hier von Nightrider Goliath... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Finde ich es nicht. Da gab es... Da gab es einen Goliath. Da ist er. Den hätte ich eigentlich am liebsten gebaut. Der hätte toll neben Kit gepasst. Aber... Den gibt es bei der SDI noch nicht. Vielleicht gibt es den ja irgendwann. Und... So. Genau. Dann... So viel lieben Dank GlassDiY. Die haben mir das Set kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. Fängt hier auf einmal die Sonne scheinen an mitten im Winter. Da ist der Koloss. Und es ist, wie gesagt, wirklich ein Koloss. Jetzt messen wir mal nachher, ob alle richtig gemessen haben. Ja, 47 cm... Ja... 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 Ja, er ist in letzter Konsequenz, so wie er da steht, jetzt 51... In der Höhe sind wir hier... In der Höhe sind wir hier... Naja... Haben wir in alle Richtungen im Spiel beim Messen. So, jetzt tun wir das mal kurz zur Seite. Ich hätte ihn auch fahren können, fällt mir da auf. So, das ganze Ding habe ich bekommen in zwei solchen LastDiY-Boxen. Die waren so zusammen und dann mit Folie, also mit weißer, mit diesen typischen weißen Plastikumschlägen zusammengetüttelt und kamen als ein Paket. In diesem Paket habe ich gefunden, wie immer, einen Stick. Auf dem Stick ist die Anleitung, dann gab es eine Box, wo die Akku-Box und die Fernsteuerung mit drin waren, typisch mit Schraubenschüssen. Ich muss jetzt tatsächlich nachgucken, ich glaube, es war wirklich eine Akku-Box, die man laden kann. Genau, weil ein weißes Kabel war auch noch dabei und diverseste Motoren, die auch einzeln verpackt waren. Und es bleibt jede Menge übrig. Warum auch immer, es haben auch drei, vier Teile gefehlt und zwei Schnüre und eine Verlängerung. Wieso? Erklären wir gleich. Und was da noch mit drin ist, ist dieses Motorrad, weil der T1000, glaube ich, verfolgt er ja. Diesen kleinen Jungen, wo mir der Name jetzt nicht einfällt. Genau, das handeln wir jetzt kurz ab. Das ist ein ganz netter kleiner Bild. Leider steht er alleine nicht. Und da hinten ist ein bisschen Spannung drauf auf dem Rad. Im Zweifel habe ich es auch falsch gebaut. Aber ja, ein Technik-Motorrad. Tun wir mal zur Seite, ist auch dabei. Und dann haben wir diesen Oschi hier. Da ist er. Und er kann sowohl fahren, wenn die Baton... Genau, also hier kann man aufmachen. Und da ist dann die Akku-Box. Und dann kann man da drauf drücken. Und dann kann man hier drauf drücken. Und dann hoffentlich habe ich noch nicht so viel gespielt, dass er nicht mehr fährt. Hallo? So, wie ihr seht, er fährt. Er kann lenken. Servo. Und... Da hinten kann man Dinge abschleppen. Ich habe es vorhin mit einem Bluebricks, mit einem Stuntman-Car versucht. Der war leider zu schwer. Den packt er nicht, die Statik. Aber ihr seht, man könnte jetzt... Ich habe leider keins dieser Technik-Autos gerade aufgebaut und hatte jetzt auch keine Zeit, nur deswegen schnell eins aufzubauen. Aber das könnte ich mir vom Gewicht her eher vorstellen, dass diese typischen Technik der Mustang und was es da so alles gibt, ganz gut funktionieren könnten. Und... So, da kann man dann das so verstellen. Und die hier kann man noch... Hier sind noch so Räder, an denen kann man drehen. Und das rastet dann hier so ein. Und dann kann man die in der Höhe verstellen. Und natürlich kann man sie noch so verstellen. Sie sind aber nicht einzeln steuerbar. Genau. So. Ich weiß nicht, wie wir anfangen. Ich zeige Ihnen doch mal. Von vorne ein Monster. Das hier, typisches Technik-Problem. Wackeln. Ne, das muss man einfach nur sauber einstellen, glaube ich. Ne, die wackeln da einfach ein bisschen rum. Deswegen sind sie da ein bisschen schief. Es ist wirklich... Da ist in jeden ein Pin reingesteckt. Einfach damit so aussieht, wie es aussieht. Und es ist fast ein verschwenderisches Vorgehen mit Teilen, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Das hier ist ein bisschen wackelig. Auch das hier oben. Aber es ist zwar ferngesteuert, aber in letzter Konsequenz ist es natürlich ein Display-Modell. Einfach mal von unten. Da ist was geboten. Da sieht man hier schon mal die zwei. Zwei sind für den Antrieb. Zwei sind für... Sind es denn auch zwei? Ich musste mal gucken. Ich habe das Gefühl, dass es einer weniger ist. Eins, zwei, drei, vier. Und vorne gehen zwei zusammen. Ja. Es sind zwei für das hier oben. Zwei für den Antrieb. Und ein Servo für die Lenkung. Hat schon seine Richtigkeit. So. Dann können wir, glaube ich, die Tür aufmachen auf beiden Seiten. Und da so reinschauen. Da ist, wie gesagt, ein bisschen Armaturen angebaut. Schauen wir mal von der anderen Seite. Ganz auf. Dann sehen wir hier Fahrersitz. Technikfigur rein. Zwei alte habe ich noch. Und ist unten noch irgendwas so fußtechnisch ange... Ja, da ist ein G-Slob als Gas. Und da auf der Seite fehlt mir ein... Eine... Zweimal zwei. Ich weiß nicht, die hat auf der anderen Seite auch gefiltert. Da hatte ich noch eine übrig, die ich reingeklemmt. Wahrscheinlich gehört. So, ich weiß, das ist jetzt nicht sicher. Ähm... Genau. So. Das Ding hat richtig Gewicht. Also wirklich. Und... Genau. Dann kann man hier hinten eben aufmachen. Und dann sehen wir, da ist die Batteriebox. Und alles schön verkabelt. Hier haben wir dann jede Menge Schnurverlauf. Und viele, viele Zahnräder. Und Dinge, die das zu regeln, damit diese Schnüre da halten. Hier noch die Auspuffanlage. Im Ganzen ist das Ding natürlich krass gefedert. Und natürlich... Wie sich das gehört, hat das Ding hinten doppelte Zwillingsbereifung und jeweils ein Differenzial. Den Anfang von dem Ding hat er, da haben wir zu zweit geklemmt. Ich habe was anderes geklemmt, weiß gar nicht mehr was. Der Moritz, der mir immer wieder mal, wer wisst ihr, was ausleiht, der hat den Anfang-Grundbau gebaut. Fand ich auch mal ganz interessant. Denn lässt DIY-Sets mit normalen Klemmbausteinen, habe ich ja jetzt doch was einige, oder nicht einige, drei gebaut. Und dann dachte ich mir, wird es doch mal Zeit, zu gucken, mit einem gewissen Respekt davor, wie die Technik-Sets so sind. Und... Ja, wie sind sie? Im Großen und Ganzen, diese ganzen normalen Paneelen... Jetzt fehlen mir gerade die Worte, die typischen Technik-Teile. Alle ist kein Problem, die Achsen. Also die, die... Ja, die Achsstücke sind das Problem. Die halten alle, sie halten nur zu gut. Also man braucht teilweise wirklich Kraft. Es gab manche Sachen, wo ich eine Zange genommen habe, um sie durchzudrücken. Oder irgendein Metallstück gebraucht habe, um mir nicht den Finger zu vertütteln. Denn die haben teilweise... Waren wir hier dabei... Ich glaube, zwei habe ich einfach auch ausgetauscht, weil ich sie nicht... Weil sie entweder verkantet waren oder ähnliches. Aber alle anderen Teile, was nicht reine Achs ist, hatte ich keine Probleme. Waren weder groß verkratzt noch... Also auch hier, wenn man die Paneelen da hinten anschaut, das ist alles okay. Also das hätte ich mir... Da hätte ich wirklich viel Schlimmeres erwartet. Und war in letzter Konsequenz jetzt sehr positiv überrascht. Genauso die... Die Stoßdämpfer, auch alles wunderbar, wenn man sich da... Ich habe jetzt erst wieder von... Es ist einfach geil, das Ding. Ich habe jetzt von Blue Bricks erst wieder diesen Stuntman Car gebaut. Da, wenn ich mir die Stoßdämpfer anschaue, dann sind die von der Qualität her um einiges bescheidener als das hier. Aber es haben, wie gesagt, drei Teile... Also zwei Teile musste ich austauschen, zwei Achsen, weil sie einfach keinen Sinn gemacht haben. Und es sind manchmal Teile da, die laut Bauplan in einer anderen Farbe da ja sein sollten. Zum Beispiel in der Anleitung gibt es solche Stifte, die hinten so eine Noppe mit dran haben. Also eine Achse, wo hinten dann so ein Noppenabschluss da ist. Da gab es ein paar, die sollten eigentlich Dark Grey sein, glaube ich. Und sind dann in letzter Konsequenz hier Tan gewesen. Und noch irgendwie solche... Also das ist dann immer eine Teileart, die es einfach in der Farbe dann nicht gab. Die haben sie dann in anderen reingelegt. Eine Viererachse hat gefehlt. Deswegen ist die bei mir hier hinten schwarz und die andere grau. Die Fliesen auch völlig okay. Klemmkraft okay. Die Motoren, das war das Erste, was ich gemacht habe. Erstmal bevor ich was verbaue, alle angeschlossen und getestet. Alles super funktioniert. Überhaupt kein Problem gehabt. Habe mich auch gewundert. Auch von der Qualität her der Motoren und der Akkubox und so weiter. Das macht alles einen vernünftigen Eindruck. Klar, es ist so ein typisches Kasterl auf einen Klick und... Das ist so ein typisches Kasterl auf einen Klick und das macht Freude mit dem rumzufahren. Er hat aber auch das... Also wir sind hier bei der Statik am Ende dessen, was diese kleine Axt da vorne aushält. Der geht schon mal gerne hier auch in die Knie dann. Also und besonders ein Problem ist, er schlägt zu weit ein, sodass er dann eigentlich beim Lenken kratzt. Hört ihr das? Das ist einfach, da schlägt er zu weit ein. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es lösen kann. Natürlich mit einer flüssigeren oder einer, die nicht einfach ein- und ausklappt, sondern dort bleibt, wo sie ist, könnte man es ein bisschen feintunen. Das konnte man jetzt hier nicht. So, dann habe ich mit dem Money geschrieben, weil... Oder ich habe LestiaWay... Wir sind da ja als YouTuber auch immer so ein bisschen gefühlt die Beta-Tester von dem, was die da zusammenpacken. Können uns aber auch nicht wirklich beschweren, weil wir es auch umsonst bekommen. Allerdings ist es dann schon auch immer ein bisschen schwierig, weil man investiert da ja trotzdem Zeit und plant es in seine Videos ein. Und merkt dann irgendwann... Okay, das Ding funktioniert nicht so. Ich brauche für diesen Tag ein anderes Video. Und zwar nicht, hier ist irgendwas abgefallen. Das Problem an dem Ding war, zum einen, was auch der Money auf seiner Rebrickable-Seite schreibt, Es gibt ein Verlängerungskabel für die Dinger, damit man die Antriebsmotore zusammen klickt auf eins und dann hier hochzieht. Dafür braucht man Verlängerung. Die war nicht dabei. Und die Schnüre und wie sie verlegt werden, tauchen in der Anleitung nicht auf. Die Anleitung ist eigentlich ohne Probleme. Da hat man jetzt keine Fehler festgestellt. Man konnte auch jemals, wie man drauf guckt, erkennen, was man da jetzt zu tun hat. Es ist teilweise wirklich reingeballert an Teilen. Es kostet die Welt nichts. Also wie gesagt, dieser Kühler da vorne in jedes zweite Loch noch ein Pin, damit es irgendwie cool aussieht. Geil. Macht Spaß. Vom Design her auch, wie gesagt, super. Das mit den Schnüren. So, dann habe ich letztendlich dabei angeschrieben, dass das fehlt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Schnüre verlegen soll. Denn das ist nicht unkomplex. Also für eine Technik-DAO wie mich. Dann hat sie, das hat geschrieben, das soll sie bitte mit dem Mocker klären, ob sie mir da was schicken können. Und dass eben das und das fehlt. So, dann bei den, das erste war eben das mit den Verlängerungskabeln. Das fiel schon während dem Stream damals auf. Und dann habe ich geschrieben, ihr braucht mir keinen Ersatz schicken. Denn ich habe so ein Ding, habe ich jetzt schon eingebaut. Dann hat sie mir zurückgeschrieben, sie schicken mir die trotzdem, weil sie muss ihrem Zulieferer beibringen, dass das damit reingehört. Und deswegen sollen die das verschicken. Ich so, okay. Sind jetzt auch angekommen. Zwei Stück, obwohl eins gereicht hätte. Habe ich jetzt hier gerade irgendwo liegen. Sind auf jeden Fall dann sehr zeitnah. Ich glaube, es waren 20 Tage waren die da. Dann habe ich weitergebaut und irgendwann festgestellt, okay, ich habe keine Ahnung, wie diese Schnüre reingehören. Und es waren keine Schnüre dabei. Habe dann einfach mal so auf gut Glück bei Rebrickable mir, nee, bei Bricklink, zwei der längsten Schnüre, die es von Lego so gibt, bestellt. Das sind, glaube ich, die, die auch bei dem roten Kran mit drin waren. Das ist die 6226157. Also so sehen die aus. Und sind, glaube ich, so drei Meter Schnüre. Habe ich einfach mal zwei bestellt. Die kamen und dann saß ich da. Auf der Rebrickable-Seite gibt es ein paar Fotos, wo man so ein bisschen erkennen kann, was da passiert. Bin da aber gescheitert. Habe wieder Bricklink, ähm, Lestiaway angeschrieben. So habt ihr irgendwie eine Lösung für mich. Habe bei Rebrickable ins Forum geschrieben. Manni, melde dich mal. Hab da ein Problem. Und dann habt mir Bricklink, äh, Bricklink, so viele Namen, Lestiaway die E-Mail-Adresse von ihm geschickt. Ich habe ihn angeschrieben. Er hat dann super nett zurückgeantwortet. War auch tatsächlich ein bisschen schön zu hören, dass er mit Lestiaway, dass er auch merkt, dass die, ähm, professioneller werden. Und dass natürlich Sachen sind, die er ihnen am Anfang schon gleich, als er ihnen das geschickt hat, mitgeteilt hat. Weil er sagt, im Stud.io ist die Schnur und diese, ähm, diese Verlängerung nicht mit drin. Er kann sie da nicht mit in die Partlist nehmen und hat ihnen das damals geschrieben. Und man kann sie im Stud.io nicht verlegen, diese Schnur. Er hat mir dann lieberweise auch, ähm, sehr detaillierte Fotos geschickt, mit denen ich das lösen konnte. So, jetzt ist, ähm, ich glaube, er wird jetzt auch mit Lestiaway da nochmal schreiben, dass diese Fotos mit auf den Stick kommen und dass die zwei so Schnüre mit, oder Schnüre mit reinlegen. Eigentlich sind es vier, denn, ähm, also, dass man das hier nach oben kann, ist eine Schnur, die da so verlegt ist, in den oberen Bereich. Und das, dass man das mit dem Motor bewegen kann, ist die andere. Genau. Das führte dann dazu, dass ich da nochmal einiges zerlegen musste, um das einzubauen. Aber in letzter Konsequenz steht da jetzt hier und fühlt sich geil an. Cooles Teil. Also wirklich geiler Mock und muss auch sagen, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, mit den 20% bei 200 Euro, kriegt man da ein richtig geiles Technik-Set. Weligst durchdacht gut zu bauen, mit der Herausforderung, dass die Schnüre nur via Foto zu sehen sind. Und dass man sich vielleicht ein paar Achsen auf Reserve bestellen sollte, weil sie nicht perfekt sind. Oder eigentlich teilweise nicht nur nicht perfekt, sondern da waren zwei dabei, die konnte man einfach da nicht reinschieben. Und es waren die Achsen, weil ich habe es dann mit anderen Achsen versucht, da hat es bei allen, also mit Lego Achsen versucht, da hat es sofort funktioniert. Es waren immer nur die Achsen, sonst nichts. Und ja, was sagt ihr zu dem Monster? Sind Terminator-Fans unter euch? Das macht Spaß mit dem Ding im Wohnzimmer rumzubrettern. Also was heißt brettern? Ja, ist jetzt nicht mega schnell. Ich weiß nicht, kann man, mein Tisch ist ja zu klein für sowas. So fährt er halt da hin. Aber ich glaube, wenn man da jetzt noch so ein Technik-Fahrzeug hätte und da so ein bisschen abschleppt und da einen dranhängt, könnte das Spaß haben. In letzter Konsequenz muss man, muss ich aber wirklich sagen, man ist da besonders bei der Vorderachse an der Grenze der Technik-Statik angelangt, vom Gewicht einfach auch. Jetzt habe ich einen Technik-Monster hier stehen, wo ich noch nicht weiß, wo ich es hinstelle. Aber ich glaube, er bleibt bei mir, denn er hat schon was. Und war okay zu bauen. Also nicht nur okay, sondern hätte ich mir wirklich, ich hätte ganz Schlimmes erwartet bei Last DIY. Also man ist da ja schon so ein bisschen, man kriegt mit, wie es anderen geht, wie viele Fehlteile. Ich habe bei den Fehlteilen eigentlich fast immer Glück. Also bei mir sind es mal so ein, zwei Standardsteine. Hier war es jetzt eine, wie gesagt, eine Viererachs und ein Winkel, der aber am Schluss noch aufgetaucht ist in einer anderen Farbe. Und man kriegt ja immer noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, prinzipiell darf man bei Last DIY oder egal, wie sie alle heißen, nicht erwarten, dass man die Perfektion bekommt. Aber dass man einen richtig guten Grundstamm bekommt, um so eine Mock zu bauen. Denn wenn man sich einfach anguckt, was die Mock-Teile dann bei Bricklink teilweise kosten und der Part-Out-Value ist, dann ist das eine tolle Möglichkeit. Ich habe jetzt durch das, während ich dieses Video aufnehme, gibt es momentan bei V-Brick keine Go-Bricks-Teile. Deswegen habe ich es jetzt gar nicht geguckt, was es kosten würde, den über V-Brick-Teile und Go-Bricks zusammenzustellen. Vielleicht reiche ich es irgendwann mal nach. Vielleicht schreibe ich unter die Description mal irgendwann die Wishlist, was es kosten würde, den mit V-Brick-Nachrichten. Nachzubauen und wie findet ihr das Teil? Wer von euch hat schon mal was bei Last DIY bestellt? Und wie sind eure Erfahrungen? Terminator. Hasta la vista. Lasst euch gut gehen. Das war der Donnergurgler für heute. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Shouta und dich mal. Vielen Dank.